Als Philipp in die vierte Klasse kam, wurde Tobi gerade eingeschmult. Wir sind die Jugend, wir sind die Jugend. Guten Morgen, ich bin die Mimi und wie heißt du? Wir sind die Jugend. Also Fabriken Hoyerswerda, die in ihrer Zukunft betrogen wurden. Sag mal, was arbeiten eigentlich deine Eltern? Solche Flammen hat Tobi noch nie gesehen, diese Gewalt, diese Geschwindigkeit. Auf den Stein war etwas gemalt worden. Warum hast du so lange auf dem Schulhof gestanden? Nicht, 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 nicht. Im Schamottereich, da hast du Hitler in Schulung. Weißt du überhaupt, was das ist? Das ich nicht. Wir haben den Fernseher ausgeschaltet, um selber zu denken. Wir haben den Fernseher ausgeschaltet. Vielen Dank.